So, jetzt kommt zurück zu letztlich, das war das Design Event 6.0, das ist Adventure 64. Wir hängen gerade hier bei einem wunderschönen Stern, wo wir nicht wissen, wo es weitergeht. So, und dass wir nicht noch malen müssen. Super! Ja! Super! Ich bin's voll sozial, ne? Ja, voll sozial und ich habe jetzt Ferien. Na gut, das hatte ich zwar letztes Mal auch schon. So, auf Ferien. Halt, stopp, stopp, scheiße! Da werden ja Boxen aktiviert, scheiße! Nein! Fuck! Fuck! Ich weiß zwar nicht, warum das hier so verzerrt ist, aber scheiß drauf. So, genau, Münzen. Scheiß auf die letzte. So. Nein! 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 Ich bin jetzt zurückgetreten, was macht der Herzensliebe? Äh, Feuer... Äh, nein, ähm... Äh, Schießdings! Er muss mich, was muss er mich, runterstoßen! Er hat's auf mich abgesehen, ey, Mann! Das ist doch voll unsozial! So, jetzt kriegst du meine Feinste. Genau. Safe State! Ich glaube, ich nehme mal hier in Dings, dass ich ein Safe State setze. Ja, sowas kann man auch nehmen. Oh, nein! Nein, 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 nein! Jetzt sind wir immer noch hier, ne? Oh, Mann! Oh, Mann! Nein, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann! Ich bin's voll toll, ne? Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann! Also, yeah! Münze genommen. ich bin schon mal so weit wie vorhin aber sorry das Ende wollen wir nicht mehr und sehen wie Mario stirbt genau genau machen wir es ganz einfach so ja herzhaft gut ich wollte zum ansprung ja herz von herzen kommt so wie wäre es mit dem safe so jetzt muss ich nur noch sehen dass den selbst die glade und ein weiteres mal darüber springen und zwar diesmal wirklich so geht das jetzt immer durchs ganze Ding geraten konnten wieder öffnen was machen wir wir machen das ganze für uns ganze viermal noch dass sie überhaupt Sterne erreichen bin ich hier voll geil es muss noch gucken wo man überall hin können und 2009 neue Wege geöffnet das war da wo wir haben wir eh nix zu tun das war immer da unten da hinten war noch ein Gitter ist jetzt nicht das war schon und dann ein bisschen die Kanone das ist natürlicherweise so kann ich muss mich verarschen jetzt vorhin habe ich 25 Gitter gespürst aber wieder offen ja voll hammer und was mache ich jetzt hier sieht schön bunt aus hier komm ich halt ach so also so ein Rätselleben dann gehen wir mal hier durch dann können wir hier jetzt nach zwei Wegen ein Labyrinth okay wir haben schon immer Gegner das heißt wir sind richtig ja wir sind richtig wegen Gegner ähm ich laufe gerade im Kreis ja nehmen wir mal ganz einfach den Weg der ist hier offen da haben wir ein zwei Wege welchen bin ich vorgegangen welchen ich weiß nicht ähm ein Weg ganz sozial eine rote Münze ganz sozial jetzt muss ich nur noch überlegen machen wir ein Safestate weil ich eine Münze eingesammelt habe ähm das Ding gefällt mir nicht jedenfalls waren wir hier noch nicht überhaupt man ich habe jetzt nur drei Wege und das Ding hängt im Boden das sieht so richtig gut aus jetzt haben wir noch eine rote Münze wir haben jetzt das da jetzt können wir uns entscheiden ob wir wieder hier reingehen oder ob wir hier hingehen ähm wenn wir nicht hier hingehen was machen wir da ja jetzt sind wir ausgeschlossen wir gehen jetzt nochmal hier rein um was zu machen und da gar nichts zu machen vielleicht mehr rote Münze so hi ähm ich würde dich gerne mal die Kanone zumachen mag sich auch ähm 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 boah kleiner Tipp mach äh mach diese Hardcore-Kamera-Setting raus bitte das ist so schrittlich vor allem Demkurs fällt mir irgendwie total übel auf das kann man im Portnummer hinten bei Missgelingsbums da einstellen das sind irgendwie solche Hardcore-Kamera-Settings die man ausschalten kann und ich würde es eben jeden Level der aktiv werden sonst macht die Kamera mal das was du willst obwohl Kamera eigentlich das machen soll was was soll gar nichts machen können ja schön brauchen wir noch irgendwo was was haben wir da hinten so da war mir drin ja da war mir drin da bin ich aber nicht noch mal wenn die Exxon soll ich tun müssen aber du Fäder ey du Fäder ey bist der voll fett Mann und dann sind sie lange Zeit nein ich gehe da jetzt mit voll genau mach mir mach mir mach mir ja voll genau getroffen jetzt haben wir eine Röhre und ich mag das Gefühl hier nicht irgendwelche Münzen vergessen ich hätte gedacht ja und der ist jetzt wirklich komplett normal oder was kein feuer gar nichts ja wie es muss ich einfach nur besiegen oder was das ist echt nichts weiter einfach nur besiegen ja was ja wie jetzt bitteschön was war das jetzt äh ne so können wir nicht weitermachen dann halt zu dem dings booster ja so voll leine ja so voll geil eigentlich vorher zu spät ab ja nr 1 ja voll renn mich um ey man ja voll geil ey renn der renn mich ey renn renn mich nicht dumm ja voll toll ja hast du denn das vergessen kleiner Schatz nein nein man kurz und knapp ich werde gleich vom feuer getroffen vielleicht möchte ich woanders ihn nein halt stopp vergiss ich kann es nicht wieder anschauen nein 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 dann ist es geladen ja warum ach ja genau dann dies macht jetzt bitte von dem feuersprunger hinweg das wäre vielleicht sozial du hast ja kein feind also mich aber ich habe dich und dass dieses feuersprunger dies genau ich muss noch gucken wohin ich schießen kann ich nehme das ding aus dem so lang 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 das ein wenig sehr weit weg das waren zweit ja das trifft das her ich mache das was ich mache aber ist ich mache ja ich mache gleich dass ich ein wenig das musste nicht tun die ja folgen könntest du bitte ein bisschen weide daherkommen jetzt genau schulden ich bin nicht Etwas. Ja, ich bin eben ganz dicht. So, wir haben den guten Herrn besiegt. Es wird mir... naja, ein Riesenstern, der zuerst gelb war und jetzt blau. Werden wir diesmal ein richtig gutes Ending sehen? Oder wird es einfach nur wieder so ein bla 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 bla? Also, zu allererster Mal sehen wir wieder dieses Schloss. Aus. Star Revenge 5 und 4. Okay. Können wir das Ganze wieder ein bisschen beschleunigen. Die ist heute so mega langsam, die süße Peach. Die Tauts schweben und ein kleines bisschen. Die Tauts ist auch ein kleines bisschen niedriger. Ja, ich kann jetzt den Text verändern. Zum Beispiel da unten. Aber naja, gut. Dann droht es halt nicht. Ich hätte den Text dann verändern können. Danke Mario. Wir müssen das so speziell machen. So, schöne Knutsche. Der hat die Luft geknutscht, aber egal. Wenn wir zum Beispiel Mario zu Luigi machen können. Für Luigi. So. 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 So.